Bibelferse für Kinder erklärt Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, Vers 13 Kann ich mir mal deinen Stift ausleihen? Robert hält Bernds Stift schon in der Hand, bevor Bernd überhaupt antworten kann. Den Stift habe ich zum Geburtstag von meinem Onkel aus Amerika, antwortet Bernd. Ich bringe ihn dir morgen wieder mit. Robert lacht, es klingelt. In Windeseile hat Robert das Klassenzimmer verlassen, während Bernd seine Sachen zusammenpackt. Robert sitzt an seinem Schreibtisch. Der Stift von Bernd ist echt cool. Er leuchtet in Blau. Damit kann man sogar schreiben, wenn es dunkel ist. Robert nimmt ihn in die Hand. Ach, heute könnte er seine Hausaufgaben mit Bernds Stift machen. Morgen bringt er ihn wieder mit. Das Erste, was Bernd am nächsten Morgen fragt, ist Hast du meinen Stift? Na klar, hier ist er. Der ist richtig klasse. Ich habe im Dunkeln damit Hausaufgaben gemacht. Das funktioniert richtig gut. Nach der Mathestunde kommt die erste große Pause. Dann kommt die Deutschstunde. Bernd will sich schnell den Termin für die Klassenarbeit aufschreiben, und zwar mit seinem Stift. Robert, gib den Stift wieder her. Bernd ist ziemlich sauer. Wieso? Den habe ich dir schon vorhin gegeben, entgegnet Robert. Gleich vorhin, noch vor der Mathestunde. Aber der Stift ist nicht da, sagt Bernd etwas lauter. Frau Fröhlich schaut verärgert in Bernds Richtung. Jetzt hast du nicht mitbekommen, wann wir unsere Klassenarbeit schreiben, oder? Mein Stift ist weg, beklagt sich Bernd. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Das ist ja hier der reinste Kindergarten. Frau Fröhlich schüttelt den Kopf. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, Vers 13 Hannah ist ziemlich müde, als sie nach Hause kommt. Sie muss ihr Schmuckblatt für die Jungschau noch fertig machen. Dass sie es aber auch immer auf den letzten Drücker machen muss. Sie holt ihre Federmappe aus der Tasche. Ach, der Stift, ja. Den hatte sie total vergessen. Sie hatte ihn vorhin von Bernds Pult genommen, um ihn sich einfach nur mal anzusehen, als Bernd noch in der Pause war. Und irgendwie ist er dann in ihre Federmappe gewandert. Sie hatte gar nicht vor, ihn mitzunehmen. Jetzt betrachtet sie ihn. Er leuchtet blau, wenn man damit schreibt. Das gibt's doch gar nicht. Bernd denkt bestimmt, dass Robert ihn hat, überlegt sie. Ach, wo ist denn bloß der Wochenvers? Sie muss das Kärtchen suchen. Wo ist es denn? Jetzt reicht die Zeit nicht mehr für ein gutes Schmuckblatt. Ach, da kann sie es auch gleich lassen. Schnell liest sie sich den Vers durch. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, Vers 13 Sie steckt das Kärtchen und die Jungschau-Mappe in ihre Tasche. Vielleicht schafft sie es ja unterwegs, den Vers wenigstens noch zu lernen. Wer seine Schuld... Ach was, ich lege morgen den Stift einfach hin und dann ist gut, überlegt Hannah. Bernd ist es doch nur wichtig, dass der Stift wieder auftaucht und sie wollte ihn wirklich nicht mitnehmen. Wer seine Schuld verheimlicht... Was ist denn schon Schuld? Es war keine Absicht, sagt sie laut. Ich wollte den Stift nicht nehmen. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Ich lege den Stift morgen wieder hin, okay? Hannah schaut sich um. Sie hat Angst. Sie redet sonst nie laut zu sich selber. Die Jungschau-Stunde ist schon in vollem Gange, als Hannah zur Tür hereinkommt. Komm, setz dich, sagt Renate freundlich. Wir sprechen gerade über unseren Wochenvers. Wir sagten, dass das Verheimlichen einer Sünde immer Folgen für uns hat. Je länger wir unsere Sünde verheimlichen, desto schwieriger wird es. Denn man verrennt sich ganz schnell in böse Gedanken und denkt, ach, ich kann doch gar nichts dafür. Aber seid gewiss, das ist der Teufel, der uns das einredet. Erst erzählt er dir, du kannst nichts dafür und wolltest das vielleicht nicht und dann macht er dir Angst. Sünde hat immer mit Angst zu tun. Mit der Angst, sich zu blamieren oder mit der Angst, entdeckt zu werden. Das Bekennen einer Sünde ist nicht einfach, aber es gibt keinen anderen Weg, wenn wir mit Gott im Reinen sein wollen. Und wir werden befreit, wenn wir es tun. Das heißt, wir haben dann keine Angst mehr. Wenn wir an einem Menschen gesündigt haben, müssen wir es auch dem Menschen sagen. Das heißt, wir sagen es dem Herrn Jesus, der für unsere Sünde gestorben ist, und dem Menschen, an dem wir gesündigt haben. Der Vers sagt, wer seine Sünde bekennt, wird Barmherzigkeit erlangen. Gott vergibt uns unsere Sünde und denkt nicht mehr daran. Darum zögere nicht, sondern bringe es gleich in Ordnung. Hanna hat sich inzwischen auf einen Stuhl gesetzt und starrt Renate ins Gesicht. Woher weiß sie das? Hanna ist den Tränen nahe. Bekennen ist das eine, fährt Renate fort. Das andere ist, die Sünde auch zu lassen. Erkennen, bekennen, hassen, lassen. Das kann man sich gut merken. Nach einem kurzen Gebet entlässt Renate die Mädchen, die schnell die Stühle beiseite schieben für die Spielerunde. Steh auf, Hanna, ruft Kim und hält Hannas Stuhllehne schon in der Hand. Langsam steht Hanna auf. Sie bewegt sich in Richtung Tür. Auf Spiele hat sie keine Lust. Es ist ihr alles zu laut. Du kommst aber früh, sagt die Mutter, als Hanna nach Hause kommt. Ist die Jungscha schon zu Ende? Nee. Hanna lässt sich aber in den Küchenstuhl fallen. Hanna, was ist dir? Die Mutter schaut ihr Kind an. So ist sie doch sonst nicht. Schweigen. Hannas Mutter betet im Stillen, während sie den Tisch für das Abendessen deckt. Hanna stiert auf den Boden. So vergehen ein paar Minuten. Auf einmal sprudelt es aus ihr hervor. Mama, Mama, ich habe einen Stift genommen, der mir nicht gehört. So, jetzt ist es heraus. Aber ich wollte ihn nicht nehmen, schiebt sie hinterher. Ohne genaueres von der Sache mit dem Stift zu wissen, fragt Mama sanft, durftest du den Stift nehmen oder nicht? Nein. Hanna weiß, dass eine Ausrede jetzt auch nicht hilft. Hanna, wenn du frei werden willst, musst du den Stift zurückbringen und zugeben, dass du ihn unrechtmäßig genommen hast. Dabei ist es nicht wichtig, ob du vorhattest, ihn zu nehmen oder nicht. Ja, Mama, ich weiß. Wir wollen jetzt Hanna mit ihrer Mutter allein lassen. Hast du auch schon mal etwas genommen, was dir nicht gehört? Nicht immer haben wir die Gelegenheit, das Gestohlene zurückzubringen, so wie das bei Hanna der Fall ist. Vielleicht warst du mit deinen Eltern irgendwo im Urlaub und weißt gar nicht mehr, von wem oder wo du etwas genommen hast. Aber jedes Mal, wenn du diesen Gegenstand in die Hand nimmst, wirst du daran erinnert, ich habe gestohlen. Du kannst es dem Herrn Jesus bekennen und wenn es dich quält, auch einem Erwachsenen sagen, dem du vertraust. Aber da, wo wir einen Schaden gut machen können, ist es absolut wichtig, dass wir nicht nur unsere Sünde bekennen. Denn in Hannas Fall bedeutet es, Bernd den Stift zurückzugeben und auch Robert zu sagen, dass sie den Stift genommen hat. Denn Bernd glaubt ja, dass Robert der Schuldige ist. Es reicht nicht, den Stift einfach nur hinzulegen. Wenn wir alles tun, um einen Schaden wieder gut zu machen und keine Ausreden gelten lassen, dann werden wir von den Folgen der Sünde frei oder, wie der Vers es sagt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Lasst uns daran denken, wenn wir auch heute unseren Vers wiederholen und ihn gemeinsam sprechen. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Sprüche 28, Vers 13 Zinn 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 Zinn